gut morning liebes video tagebuch wir sind umgezogen und alle jetzt so wir haben tatsächlich drei jahre gebraucht um in diese wohnung zu ziehen da sie sehr stark umgebaut worden ist und ich zeige dir jetzt videoaufnahmen wie wir das erste mal diesen dachboden hier oben betreten haben ja ach du scheiße ja es hat unter anderem so lange gedauert mit dem umbau weil wir unters dach gezogen sind und es war vorher ein spitzdach und dann wurden rechts und links glauben gezogen um halt mehr quadratmeter zu gewinnen und kaum schräge zu haben nachdem die gauben gezogen worden sind kamen dann langsam die zimmer dazu und man konnte so grob erkennen dass es eine wohnung werden sollte ich wünschte ich hätte noch viel mehr gefilmt von dem umbau und dem umzug aber das ganze war mit baby sehr sehr stressig und ich bin einfach nicht dazu kommen noch mehr zu filmen aber es wird bald mehr videos geben aus unserer wunderschönen neuen wohnung und mit gutem licht ich freue mich schon drauf bis dann